Kameraden herzlich willkommen zu einer neuen folge Runaway und wir haben letzte folge ziemlich viel, oh warte da liegt noch was, nee gar nicht, kann ich noch eine schraube nehmen? Kein bedarf an schrauben. Na gut, wir haben letzte folge ganz viel herausgefunden und noch ganz viel gesehen, vertrachte Waggon, nee das ist schon mal keine kiste und ein bisschen den Plan ausdecken hier vertrachte Plan, um halt irgendwie Gina zu befreien und jetzt sind wir gerade so am rumrätseln, was wir noch so tun könnten. Wir müssen irgendwie hier gehen Richtung, vertrachte Tür, wir müssen irgendwie auch die Tür hier aufkriegen. Die frage ist wie? Vielleicht auch mit dem Knauf hier. Schade eigentlich. Leer. Achso, die war ja leer, okay. Dann gehen wir jetzt mal zum letzten Ort, den wir noch nicht erkundet haben und zwar diese Hütte hier. Hallöchen. Oh, ich höre da wen? Ich glaube da ist jemand. Ja, ich auch. Ich fürchte, der Typ gehört nicht zu den Guten. Er hat das Aussehen eines eingebildeten Faultiers. Es scheint als bewache er die Scheune oder etwas anderes. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht sieht. Es gibt nichts besseres als ein kaltes Bier gegen diese Affenhetze. Okay. Unmöglich, die Türen zu öffnen, ohne von unserem Gorilla gesehen zu werden. Ich glaube, ein offenes Fenster auf der anderen Seite der Scheune gesehen zu haben. Ich versuche mal hineinzusteigen. Mach mal. Mal schauen, was passiert. Oh, Baby. Was ist hier denn, Fahiner? Okay. Der wirft ganz schön gut, würde ich meinen. Es gibt nichts besseres als ein kaltes Bier gegen diese Affenhetze. Okay. Spannende Geschichte. Himmel. Der Typ wirft nicht einmal daneben. Das stimmt. Auf gar keinen Fall. Wenn er mich dort erwischt, verarbeitet er mich zu Brei. Sonst haben wir hier aber auch nichts. Aber vielleicht können wir eben die Tablette in den Dings schmeißen. In die Dose schmeißen. Und hinein. Und hinein. Niemand kann mich in dieser edlen Sportart schlagen. Und hinein. Ich wette, keiner kann mich beim Dosenwerfen schlagen. Keiner kann so viele Dosen in Folge in den Korb werfen. Und hinein. Komm, jetzt trink die Dose. Und jetzt stell sie dahin, dass ich dir... Ich meine, du bist ja schon voll wie ein Eimer. Ja, geil. Gute Idee. Oh, echt? Wenn Carlas Erzählung über die Wirkung der Mischung von Tabletten mit Alkohol stimmt, kann ich ihn kampfunfähig machen. Aber das geht nicht, ohne dass er etwas merkt. Ich muss ihn irgendwie ablenken, um die Tabletten unbemerkt in die Dose zu bekommen. Aber wie? Wie ablenken? Ich vermute, dass mein Arm lang genug ist, um sie von hier aus zu erreichen. Aber ich möchte nicht riskieren, dass er mich sieht. Vielleicht macht er es ja jetzt doch... Ich wette, keiner kann mich beim Dosenwerfen schlagen. Keiner kann so viele Dosen in Folge in den Korb werfen. Und hinein. Und hinein. Niemand kann mich in dieser edlen Sportart schlagen. Ich wette, keiner kann mich beim Dosenwerfen schlagen. Keiner kann so viele Dosen in Folge in den Korb werfen. Ich wette, keiner kann mich beim Dosenwerfen schlagen. Er redet immer dasselbe. Keiner kann so viele Dosen in Folge in den Korb werfen. Und hinein. Und hinein. Das bringt nicht. Ja, ist okay. Jetzt aber. Gute Idee. Wenn Carla kann nicht, aber das geht, ich muss ihn... Okay, wir müssen also noch irgendwas anderes tun. Und hinein. Ein Bier bitte. Kommt sofort, mein Herr. Richtung Fahrt. Okay. Hangar, aufgegebener Waggon. Bohrloch und Ölquelle. Hütte der Killer. Fahrzeug, Fittorf. Gehen wir mal wieder hier rein. Wahrscheinlich hat Mariola sie abgenommen, um im Gesicht nahtlos braun zu werden. Und sie guckt wieder, und sie guckt, und sie guckt, und... Oh, haben wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir die Brille wieder ab. Wir nehmen sie einfach mit, okay? Nein, sie gehört Mariola. Na gut. Die typische Ausstattungstruhe für Schauspieler und Künstler. Ich werde noch einen Blick hineinlaufen. Vielleicht finden wir jetzt was. Mal sehen, was sich noch findet. Ja, das meine ich auch. Vielleicht finden wir jetzt noch was. Nichts drin, was... Okay. Okay. Diese Klappstühle sind zum Campen wirklich sehr praktisch. Stimmt. Wir haben keine Zeit dafür. Gina ist in Gefahr. Verstehe. Wollen wir doch mal mit dir sprechen. Lula! Ich brauche deine Hilfe. Ich muss einen Typen ablenken. Und wenn du der bist, der ich vermute, könntest du der Richtige dafür sein. Worum geht es, Liebchen? Der Kerl glaubt, dass er der Korbkönig ist und braucht mal eine Lektion, glaube ich. Wenn du mir helfen könntest? Rechne nicht mit mir. Aber ich habe Nein gesagt. Hör auf, ich will nichts davon hören. Okay. Er oder sie ist also ein Basketballkönig, Königin. Werfen wir mal einen Basketball zu ihm. Ihr. Ja, die Idee könnte funktionieren. Vielleicht kann ich es schaffen, dass Lula zugibt, wer sie eigentlich ist. Und dann Herrn Muskelprotz an der Scheune ablenkt. Lula, sieh mal. Hallo, was machst du denn da? Wo hast du denn den Ball her? Wirf! Mit diesem Ball haben wir das Endspiel gewonnen und ich habe meinen ersten Titel geholt. Ich wusste es. Leugne es nicht länger. Du bist Lou La Mer. Wie ich sehe, hast du nicht verlernt, wie man einen Basketball beherrscht. Klar habe ich es nicht vergessen. Ich war nicht umsonst drei Jahre in Folge bester Spieler der ersten Liga. War es nicht schade, dass durch den verpatzten Korb im letzten Spiel der 95er Saison alles den Bach runterging? Nur wegen eines dämlichen Fouls. Auch wenn der blinde Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Und die Blutsauger von Journalisten auch nicht. Auch wenn das ganze verdammte Publikum es nicht gesehen hat. Aber es war kein Foul. Schon gut, in Ordnung. Beruhige dich, Lou. Ich meine, Lou La. Das gehört der Vergangenheit an und die sollte man ruhen lassen. Und letzten Endes, wer hat nicht schon irgendwann mal einen Korb verpatzt? Allein, frei unter dem Korb stehend, im letzten Spiel der NBA. Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Willst du damit sagen, dass es nur ein Patzer war? Nein, nein, nö. Klar war es ein Patzer. Und es war Absicht. Ist okay. Weißt du, seit ich verpatzt, ich meine, seit es faul mich daran hinderte, den Punkt im letzten Spiel zu erzielen, habe ich das Selbstvertrauen verloren. Ich fürchte, wenn ich vor dem Typ stehe, werde ich nicht wissen, was ich sagen oder tun soll. Kurz und gut, du wirst an meiner Stelle mit ihm sprechen müssen. Das ist unmöglich. Ich kann mich nicht sehen lassen, weil der Kerl mich sofort erkennen würde. Als man mich mit dem Hubschrauber herbrachte, hat er mich auf jeden Fall gesehen. Oh, ich verstehe. Ich hab's. Wir haben so ein Funkgerät, das man im Ohr trägt und nicht zu sehen ist. Wir benutzen es gelegentlich für unsere Auftritte. Ich werde es anlegen und du nimmst den Sender. Auf diese Weise wirst du mir zuflüstern können, was ich von mir geben soll. Was hältst du davon? Das könnte klappen. Gehen wir hin. Das wird witzig. Wer bist du? Was tust du hier? Das ist ein Privatgrundstück. Du verschwindest besser sofort von hier. Äh, weißt du, ich, äh, du hast nicht gesagt, dass er wie ein Adonis aussieht. Geise Lula. Sag ihm, dass du im Vorbeischlendern gesehen hast, wie er geworfen hat und dass er es nicht allzu schlecht macht. Ja, also, ich ging hier vorbei und sah, wie du die Dosen in die Tonne geworfen hast. Und ich sagte mir, der Junge ist gar nicht so übel. Ich meine, er wirft gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Ich werfe sehr gut. Ich glaube nicht, dass du jemanden kennst, der so gut werfen kann wie ich. Sag ihm, dass du auch nicht schlecht bist und fordere ihn heraus. Und werft aus größerer Entfernung. So bringst du ihn von hier weg und ich habe dann mehr Freiheit. Wenn ich ehrlich sein soll, mein Schöner, ich kann auch so gut oder gar besser werfen als du. Und sogar aus größerer Entfernung. Du machst Witze, oder? Du kannst unmöglich glauben, dass du gewinnen kannst. Komm mit, wenn du dich traust und ich werde es dir beweisen. Ich sollte mich nicht von hier entfernen, aber Rocco Wallis schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Rocco Wallis. Ich werde mich vor Lachen ausschütteln, während ich dieser Lady eine Lektion erteile. Ah, gut. Ich sehe hier eine Menge leerer Dosen herumliegen. Schau mal. So was? Ich gebe zu. Das war nicht schlecht. Aber ich kann es noch besser. Da keiner in der Nähe ist, sollte ich jetzt die Zeit nutzen und etwas unternehmen. Überbiete das, wenn du kannst. Können wir jetzt die Tablette da rein tun? Ja, ich nutze die Gelegenheit. Der Gorilla ist nicht da. Aber jetzt kann er es eher sehen, als vorher. Erledigt. Ich hoffe, dass er die Dose austrinkt, bevor er mit der nächsten beginnt. Ich verziehe mich lieber, sonst entdeckt er mich noch und verdirbt alles im letzten Moment. Ich möchte sehen, wie er sie trinkt. Das letzte Bier ist mir wohl wirklich nicht gut bekommen. Ich glaube, mir wird es schwindelig. Ich brauche etwas Wasser. Genial. Es hat geklappt. Er ist derart K.O., dass er sich kaum bewegen kann. Hallo, mein Freund. Ein bisschen müde, wie? Was machst du hier, du Wurm? Zum Teufel, ich weiß nicht, wie du aus der Hürde gekommen bist, aber sobald ich aufstehe, verarbeite ich dich zu hackleisch. Warte nur, wenn ich hier klar im Kopf bin, dann wirst du schon sehen. Du bist nicht in der Lage, irgendjemandem zu drohen, Gorilla. Wenn du dich davon erholt hast, falls es irgendwann soweit sein sollte, werden wir schon über alle Berge sein. Verlieren wir keine Zeit. Ich öffne das Scheunentor. Der Hubschrauber wird uns alle von diesem gottverlassenen Ort wegbringen. Oh, Baby. Gehen wir den Plan nochmal durch. Ich muss die Aufmerksamkeit der Killer erregen und sie dazu bringen, die Hütte zu verlassen. In dem Moment muss ich hineinschlüpfen, Gina losbinden und mit ihr durch die Falltür flüchten. Bei ihrer Rückkehr werden die Killer merken, dass Gina ausgeflogen ist. Jetzt tritt der zweite Teil des Plans in Kraft. Die Kerle müssen in der Hütte eingesperrt werden, damit sie uns nicht verfolgen können. Als drittes brauchen wir ein Transportmittel. Zu Fuß kommen wir nie durch die sengende Wüste. Anschließend flüchten wir mit dem Hubschrauber. Und wenn ich die Kiste selbst fliegen muss. Okay. Also wir haben jetzt... Okay. Diese Klapperkiste wird uns von ihr wegbringen und wenn ich sie selbst fliegen muss. Es ist noch nicht der richtige Moment. Mich kaum bewegen, Junge. Eimer. Nimm ihn mit. Der hilft mir nicht. Er ist mit alter Farbe beschmiert. Schade. Im Eimer ist noch ein Rest Farbe. Aber er ist voller Dreck. Kein Bier hat mich jemand so zürich. Betrachte Fass. Dieser Clown benutzt das Fass als Korb. Es gibt kaum etwas, das ich weniger brauche als einen Haufen leerer Dosen. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Keine Ahnung. Besser nicht. Mit dem Typen ist nicht gut Kirschen essen. Du bist schlimmer als ein verdammtes Schlange. Es ist total kaputt. Und die Hälfte seiner Teile fehlen. Es muss schon etliche Jahre hier herumstehen. Dann mach dir was geschehen. Mach dir was geschehen. Ich fürchte, damit würde ich nicht sehr weit kommen. Es wäre besser für dich, wenn du zur Hürde zurückgehst, bevor Gustav und Fjudo von deiner Flucht erfahren. Betrachte Glas. Das ist Erdnussbutter. Geil. Vielleicht kann ich es noch benutzen. Oh, geil. Besser, es bleibt geschlossen. Ja, ja. Nimm los, das Glas weg. Es ist gefährlich. Gefährlich. Gefährlich? Ein schlichtes Glas? Und ich dachte, du seist ein harter Kerl. Das Glas ist nicht gefährlich, aber die wilden Termiten in dieser Gegend holen. Termiten? Ja, die verdammten Viecher sind verrückt nach Erdnussbutter. Oh, weh. Es geht dir noch schlechter, als ich dachte. Erdnussbutter. Du kannst denken, was du willst, du Idiot. Siehst du die Holzreste da hinten? Das war mal ein schöner Schaukelstuhl. Vor einigen Tagen ließ sich ein offenes Glas Erdnussbutter darauf stehen. Als ich nach einigen Stunden zurückkehrte, war der Schaukelstuhl so, wie du ihn jetzt siehst. Aber da saßen eine Menge Termiten drauf. Hä? Welcher Stuhl? Na ja, wenn du meinst. Nein, jetzt habe ich keine Zeit zum Trinken. Machst du ja eh nicht. Habe ich mitgekriegt. Du bist schlimmer als eine verdammte Schlange. Der hier? Ah, Schaukelstuhlöste. Die Termiten sind wirklich stark. Nein, die kann ich nicht gebrauchen. Okay, ich verstehe. Hätten wir also. Nein, es ist nicht den Hubschrauber zu berühren, oder? Du wirst es bereuen. Der ist witzig. Freunde, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir haben schon Teil 2 von vier Teilen des Entkommenplans abgeschlossen. Und jetzt werden wir uns in den nächsten Folgen an die nächsten Teilpläne setzen. Alles klar, gut, dann habt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Beratzen. Tschüss.